so das ist diese luxus garantie in dem anilien s rinder leder narben rinder leder e 1600 etna brandy so was ist unter 10 bis 13.000 euro auf markt gar nicht zu kaufen es geht hier um 3 2 1 oder um 33 der preis sonderpreis 3500 euro plus 200 euro versand so ich fahre jetzt näher ran ich habe hier tageslicht angemacht also tageslicht lampe hier ist schon wieder ein bisschen dunkler die effekte in dem leder sind so genannte pull up vintage effekte also man arbeitet das alles ein bisschen auf oldtimer hin das leder selber ist ganz weich also weiches leder jetzt mit dem finger darüber hier man sieht eine streife mit der hand wieder alles wieder weg also wie gesagt ich habe das tageslicht hier an ich kann das tageslicht jetzt gleich wieder ausmachen der hocker gehört nicht dazu den kann man dabei einzeln kaufen das sind einfach ein pull up hocker zum teil kostet im fachhandel 1500 euro minimum also das ist ober 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 klasse mehr geht gar nicht ich mache jetzt mal kurz geben jetzt habe ich ausgemacht also jetzt mit mit anderem licht wird hat alles wieder ganz anders hier scheint es gerade die sonne von draußen rein sind ein bisschen blöd so das ist nummer eins einfach kurz zurückschreiben ja oder nein und dann mache ich das nächste aber ich jetzt mal eben das andere drei sofa filmen